Neulich in Maushausen zu Besuch bei... Boah, was geht? Ich kann fliegen! Ach, scheiße, doch nicht! Horstie! Oh, mein neues Königreich, alles für mich! Cookie! Was ist das für Drecksloch, Alter? Ist das dein Ernst? Und Chilly Millie! Das hochprofessionelle Kamerateam vom Sender mit den drei Buchstaben begleitet ihr die drei kleinen Mäuse bei ihrem Umzug in ihr neues Zuhause. Ja, ja, jetzt laber mal nicht so viel, du Typ, dass es nämlich meine Sende zeigt, weil ich bin jeder Star, ja? Alles klar! Ich kann laufen, yay! Und in der Ecke stehen und laufen und... Was machst du mit der Kamera, Alter? Hm, was passiert denn hier? Heute ist so dunkel, Hilfe! Ich komme nicht mehr raus, Mami! Mami, Hilfe! Mami! Boah, du Vollspaten! Wo ist denn dein Problem, Alter? Gut, hab's ja gefunden! Mein, du frisst immer das selbe mit dem Typen! Yeah, was denn da auftritt, Leute? Krasses Dick von mir! Ich bin eben Superstar, yeah! Ja, hier, ich, Superstar! Oh, kann auch sehen! Boah, ich schiebe es mir gleich in die Fresse! Was für eine Scheiße, aufzusingen! Nein, du kannst es einfach nicht, Mann! Ja, das sagst du aber! Ich bin ein Gesangstalent! Voll gut, yay! Oh, du bist gar nichts! Du bist ein feuchter Furz, bist du! Oh, pah! Hat jemand was von Furz gesagt? Ich war es nicht! Oh, ja, oder, oder, oder doch! Scheiße, ich war es ja doch gewesen! Ja, das brauchst du ja keinem zu sagen! Du stinkst wie Sau! Alter, wenn ich dich rieche, bekomme ich Herpes am Fuß! Boah! Hast du was von Wasser gehört? Nee, geht's doch mit dem Idioten hinter der Kamera! Also, wenn ihr mich fragt, ich wäre körpergehe eine A und O! Ich bin ja nicht umsonst schon zweimal im Playmaus-Nagazin gewesen! Ja, auf dem Titelbild natürlich! Das liegt aber nur an meinem schönen, glänzenden Fenn! Ja, ich sehe so toll aus, richtig zum Anbeißen! Hm, zum Anbeißen wie ein Cookie! Oh, ja, ich hab's einfach voll drauf, Bitch! Am späteren Abend! Jetzt hab ich nicht so... Du willst es doch auch! Du weißt Sinn, oder nicht? Jetzt komm da mal her! Komm, komm, ran! Ich will doch! Komm, stehen! Psst, guck ich dein Schwanz, guck draus! Sollt ihr noch da? Hallo? Hm, hi! Boah! Habt ihr Idioten schon was von Verstecken gehört? Nee? Ihr seid ja selbst zum Kacken, zum Blöd, da hält man die Fresse! Und, und, man versteckt sich, man lässt sich nicht blicken! Ja, hier muss man alles allein machen! Kein Bock mehr auf euch! Ich hau einfach ab und wandere aus und, und, und... Ja, erstmal hier rein! Ja! Hä? Was? Wir sind nicht über live? Oh, scheiße, Mann! Äh, äh, wir, wir haben nur gekuschelt! Äh, 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 was, was wollt ich sagen? Äh, ach so, ja, äh, ja, äh, ich bin so cool, hinter mir schneit's! Hahaha! Was mach ich denn jetzt? Äh, 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 ich, ich sing einfach was! Äh, äh, eins, drei, wie, eins, zwei, drei! Guten Abend, gute Nacht, ihr werdet von mir alle einzeln umgebracht, und dann schänd' ich eure Leichen, he, 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 das macht Spaß und das muss reichen! Äh, 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 dann könnt ihr meiner Liebe nicht mehr entweichen! Äh, 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 äh Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dass das, äh, ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, dann bekommen wir nämlich, äh, wieder was zu, zu futtern. Und, äh, ja, das sind auch noch rech-, äh, äh, die Links in der, in der, in der Beschreibung, da könnt ihr draufklicken und der Peter schreiben, dass wir vielleicht hier gerettet werden. Naja, und abonnieren ist auch kostenlos. Also, ja, was wollt ihr sagen? Naja, ähm, ciao!